Perfektionist. Ich kümmere mich darum, dass das Training glatt läuft, bin Hilfe für die Coaches und kümmere mich um den reibungslosen Ablauf auf und abseits des Feldes. In meiner Freizeit koche ich sehr gerne und nutze auch die Zeit auf Auswärtsfahrten, um mir die Städte in Deutschland anzugucken und spiele auch Basketball. Das Besondere für mich bei den Hamburg Towers ist, dass es wirklich eine riesengroße Familie ist. Von Spielern bis zu allen Office-Mitgliedern verstehen wir uns alle sehr, sehr gut. Vielen Dank.